... und dann machen wir wieder Partei. Arbeitgeber bis Arbeitgeber. Gut. Äh, was soll ich noch stehen? Ja, da müssen wir noch ein paar Arbeitnehmern selbstbewusster. Selbstbewusster. Das wäre ja gerade Arbeitgeber. Ist selbstbewusster? Das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das sind diese Sachen, wo ich es gar nicht gerne habe, aber dafür brauche ich das, dass es selbst in der EU ist. Vielen Dank.